Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar haben schon alle Kätzchen gelernt, Milch aus der Schüssel zu trinken. Außer Pünktchen. Er hat das irgendwie immer noch nicht gelernt. Deswegen füttern wir ihn jetzt immer mit Löffelchen. Also wir haben hier ein T-Shirt und ein Tuch hingelegt, weil er klackert natürlich. Wir haben ihn vor Löffel füttern. Und da wollen wir natürlich nicht alles versauen. Was mache ich denn da? Und er leckt dieses T-Shirt ab, weil er gerade Hunger hat, wie ihr seht. Und ja. Wie ihr seht, kann er gar nicht von Trissel essen. Und deswegen füttern wir ihn jetzt mit einem Löffel. Wir müssen erstmal zur Seite drin, damit ihr auch alles sehen könnt. Das ist warme Milch, deswegen schmutzte auch so. Okay, kurze Störung. Und wie ihr das jetzt sehen könnt, sie haben schon so große Zähne. Können natürlich ein bisschen selber trinken vom Löffel. Aber natürlich ist es ein bisschen gemütlicher, wenn man ihn das so in den Mund kippt. Alles. Kein Hunger mehr. Und ich gebe euch den Trick. Falls euer Ketten das gar nicht gewöhnt ist, nehmt ihn so in die Hand. Und macht es so. Aber nur wenn man es nicht gewöhnt ist, dass es so normal vom Stehen ist. Weil wenn er keinen Hunger hat, dann ist er natürlich auch nicht. Also nach dem Essen waschen sie sich öfters. Und ja, ich stehe jetzt an einem unbekannten Ort, deswegen guckt er ein bisschen komisch. Ja. Leckere Milch. Alle haben schon gegessen. Und plötzlich wurde gerade gefüttert. Aber ich muss mal ein bisschen hin. Okay, jetzt möchte ich dir nochmal die großen Zähne zeigen. Hier seht ihr deine Zähne. Okay. Die haben auf jeden Fall schon große Zähne bekommen. Und ja, ich würde sagen, das war es dann mit dem Video. Und tschüss. Tschüss.